So, da wären wir wieder. Und ist Water Begon da? Ja, Water Begon ist da. Da, Water Begon. Das heißt, ich brauche einen davon und du brauchst dann ganz viele Landfills. Okay, also brauche ich jetzt Tonnen, 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 Tonnen von Steinen. Das müsste hier überall verteilt rumliegen. Ne, nicht da. Ich meine so ein richtiger... Oh, ähm, 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 ja, mach mal. Ich habe doch überall diese alten Kisten gehabt mit ganz vielen Steinen drin, die nicht mal angeschlossen sind im System. Na gut, gib mir einfach Sodastein und mach Lempel draus. So, also die Idee ist, ich nehme jetzt einen davon und mache es nochmal so ein kleines Ding zuerst. Und den tippe ich einfach da aufs Wasser. Äh, brauche 75 Lempel. Ich habe nicht genug. Brauche mehr Steinen. Okay. Äh, finden wir doch bestimmt irgendwo hier drin noch mehr Steinen, oder? Ja. So, aber ihr seht schon, wie viel Lempel man braucht, wenn man für das kleine Ding da... Für das kleine Ding da 75 braucht man dann erst für das da. Das da, oder geschweige denn das ganz da oben. Aber ich denke, das ganz da oben würde das Spiel eh crashen. So, gib mir nochmal mehr Steinen. Mach mal nochmal mehr Lempel, schon mal für später. Water be gone! Zack! Ist das geil, oder ist das geil? Okay. Das heißt, wir haben jetzt Platz für mehr Fabriken. Dann können wir das Muster hier auch weiterbauen. Alles ist schön, alles ist gut. Außer, dass überall Bäume am Weg sind. Mach die Bäume tot. So. Das da weg. Äh, was wollte ich eigentlich machen? Außer, dass Water be gone. Ich wollte noch die Stromversorgung oben weitermachen. Ich wollte mich um den Wald kümmern. Weil wir wieder keinen Resin haben. Ja, wir haben keinen Resin. Zu viele Sachen wirklich, um die ich mich kümmern wollte. Blaue Chips sind noch nicht genug da. Wir haben noch 4500 Flüeblocks. Das wollte ich auch nachgucken, das ist richtig. Inventar ist wieder ein bisschen beengt. Mach mal mehr Schittinmauern. Wir haben kein neues Ei. Wir haben Roboter im Inventar. Leichen und Gedöns. So. Aber der Wald. Der Wald, der Wald, der Wald, der Wald. Da. Ist noch gar nichts in Auftrag gegeben. Okay, du. Weg. 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 Da oben staut sich wieder irgendwas. Das muss ich auch gleich weg machen. Was staut sich denn? Eisenplatten stauen sich. Tu die mal einfach direkt da rein, bitte. Dich müssen wir später eh anders regeln. Die Stahlkisten da, die packen wir auch woanders hin. Die packen wir nämlich direkt da hin. Dann kann das hier auch alles weg. Das macht das hier auch ein bisschen einfacher. Ja, ja. So. Weg, 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 weg. Alles weg hier. Oh, warte. Wo kommen die Knödel her? Von unten. Okay. Die sind auch wichtig, weil wenn die wieder irgendwo staunen, haben wir dann ein Problem unten. Und das wäre alles doof. Äh, so. Resin kommt. Resin wird zu Rubber gemacht. Rubber läuft. Ditek-Science-Packs werden erforscht. Königendinger haben wir da. Nee, da können wir auch nicht. Gut. Äh. 32. Hör mal auf. Ich glaub 32 reichen erstmal. Das kann irgendwie mit den Ressourcen sonst nicht hinhauen. Äh. So, ich wollte die Speed-Module hierhin umlagern. Dass wir wirklich bei 1 anfangen und dann bis zumindest 4 hochgehen. Also, 1, 2, 3, 4. Dann du. Nein, falsch. So. Äh, Water Be Gone hätte ich gern nochmal. Dann kann ich das da leer machen? Jo. So, das da würde ich auch noch ganz gern zuschütten. Da würde ich auch ein bisschen mehr Steinen brauchen. Jetzt aber erstmal hier. Ich brauche wie immer Kisten. Links. 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 Ich brauche Ärmchen. Rein, rein. Rein, rein. Die Kiste meine ich. So. Und dichter. Oh, das ging schnell. So, jetzt können wir War Science Packs herstellen. Und die brauchen wir auch für die nächste Stufe, für die Pythar Science Packs. Die Alien-Atefakte brauchen, was ich gar nicht schön finde. Aber die müssen wir dann erforschen, um die Advanced Science Packs herzustellen, die ich wirklich gerne hätte für diverse Upgrades. Jetzt wissen wir, ob wir noch schnellere Fabriken oder noch bessere Schmelzöfen zwei machen. Das sind 1200 von denen und die brauchen jeweils zwei blaue Chips. Also sind das 2400 blaue Chips. Das geht noch richtig ab später. Aber gut. Dich erstmal. Ne, dich erstmal nicht. Noch produktivere Dinge. Das wäre dann die letzte Stufe. Produktivität 50%. Die da machen 40%. Wenn nochmal ein 10% Sprung pro Slot. 250% ist fair, machbar. Aber ne, 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 ne. Ist okay. Speed Module. Was kannst du machen? So. Ähm. Oh, warte. Du, da noch hin. Dann hätte ich gerne Shift rechts von da. Shift links dahin. Shift rechts von da. Shift links da hinten. So. Shift links. Ne. Was brauchst du? Ne, komm, das klau ich mir. Shift. Ach, dich haben wir noch gar nicht eingestellt. Ja gut. Dann mach die mal aus, aus, aus. Wasch ist ziemlich viel. Bist aber nicht so weit gekommen. Ist okay. So, und du bist auch bitte aus. Ach so, das, ja, nimm mal raus. Ist okay. So, die können wir dann auch noch zu blauen Fabriken theoretisch machen. Aber erstmal sollten wir die schneller machen. So. Jetzt verbrennen wir grüne und rote Chips. Noch sind es genug. 8.800 grüne, 4.400 rote. Wenn ich davon jetzt noch ein paar Fabriken aufmotze, wird sich das allerdings ändern, denke ich. Vor allem, wenn da dann nicht nur zwei Aspen-Undel drin sind, sondern noch höhere. Ja, sehr schön. Mach mal einen fertig, den hauen wir dir noch dahin, denn soll ich das erstmal eine Weile im Auge behalten. Nicht, dass wir zu schnell hier Ressourcen verballern. Ähm, du da und Spicken-Lude. So. Beschuss ist okay. Du warst eh falsch. Shift rechts, Shift links. Du wirst ganz andere Sachen brauchen. Du wirst mich für die höchste Stufe und nicht für die einfachste Stufe. So, du brauchst Eisen, Stahl, Grün, das davor. Stahl, Eisen, Grün und das Modul davor. So. 15 davon. 100 davon. 100 davon. Dann du. Du brauchst Stahl, Grün, Rot und das davor. Das davor wird diesmal das. Und... Kein Stahl. Und das und das. Also noch mehr Abnehmer für sowohl Grüne als auch Rote. Könnte echt ein bisschen eng werden. So. Und du brauchst nur wieder... Ach, du brauchst doch auch Stahl. Okay. Du brauchst alle Stahl. So, Shift rechts, Shift links. Die brauchen wir nicht. Dafür brauchen wir... Speed Module 3. Speed Module 3. So. Das sollte ihr jetzt soweit hinhaben. Ich hab grad irgendwas erforscht. Da hast du ein Speed Module. Was? Hier steht beides dasselbe her? Ne, du machst Speed Module 3. Du machst Speed Module 2. Ja, ist alles gut. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten. Wir können aber allen Speed Module Speed Module geben. Nein, ich geb allen... Geht nicht. Okay. Dann allen Speed Module. Speed Module. Speed, 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 Speed. Was? Was hab ich getan? Nein. So. Ja. Speed. Ich hab irgendwie ganz schnell das so umgeklickt, dass er rote Chips herstellen soll. Wie auch immer. Oh ja, mach mal. Schettin. Ein bisschen was. So. Mach hier mal dicht. Was wenigstens da schick aussieht. Dieses komische gelb, hellbraun, dunkelbraun Geflecht, was wir hier haben. Ich dachte schon, was kommt denn da so schnell angelaufen? Dabei war das ein Spucker. Der hier nach und nach wieder alles zerlegt. So, kaputt. Ich hab das Bedürfnis, aber langsam wieder rauszugehen. Wir haben uns jetzt, glaube ich, 30 oder 40 Folgen eingebunkert. So, so, so. Ähm. Ich will jetzt nicht unbedingt Auto fahren. Ich hätte gerne auch ein bisschen Rubber. Da. Ich will jetzt nicht unbedingt Auto fahren, sondern ich würde ganz gerne in der MK2-Rüstung rumlaufen. Aber das ist halt noch problematisch, weil wir sie erstmal noch erforschen mussten. So, wie schaut's jetzt aus mit Roten und Grünen? Grün ist runter auf 6,6. Es war auf 8,8. Rot hat sich beachtlich gehalten von 4,4 auf 4,0 runter. Und ich seh die ersten blauen. Im System frei verfügbar. 187, 188. Das scheint richtig gut zu laufen. Draht. Also, das Ding da kann weg, richtig? Das Technology Science Pack, das bist du da hinten auch. Ja, du kannst weg. Weg, 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 weg. Gib mir. So. Dusche jetzt bitte nicht mehr das her. Jetzt bitte die da alle raus. Du. Machst jetzt, glaube ich, auch Draht. Und wie viel haben wir da von unserem System? Oh, 15.000. Ich hab nichts gesagt. Dann noch einer, der grün herstellt? Scheint sich bei 6.200. 6.100. Geht eigentlich. Nö. Hm. Du bist immer noch am Spucken. Ja, und das ist mit ein Grund, warum ich gerne raus würde. So, komm, Spuck mich an. Ey, ey, du. Genau. Komm mit daher. Gutschi, guutschi, guu. Da hinten ist gerade irgendwas verdampft. Er will gar nicht. Ah, es ist lästig. Aber da würden auch die besseren Türme wahrscheinlich nichts ändern. Und tunksen habe ich immer noch nicht genug, um die Sniper-Dinger durchgehend laufen zu lassen. Ja, gut. Ich muss einfach hoffen, dass er irgendwann die Geduld verliert und dann näher ranläuft. Ich gehe mal kurz zu den Lasertürmen. Guck, wie schnell die sind. Und danach sollte ich eigentlich zur Stromversorgung, weil die wollte ich ja auch weiter ausbauen. Wobei da mir anscheinend Ressourcen für fehlen. Und zwar Stein. Das hole ich gleich. Du, was fehlt? Steinzahnräder. Nicht ernsthaft, oder? Oh. Wir haben die einzige Steinzahnproduktion der Welt vernichtet. Als wir oben den Komplex da abgerissen haben. Ja, das ist nicht gut. Das ändern wir gleich mal hier unten irgendwo. Ich denke, wir können das hier hinhauen, weil ich nicht unbedingt noch höhere Fabriken automatisieren muss. Die gehen ja sehr schnell zum Bauen. So. So schießt immer noch weiter unsere Türme kaputt. Das Problem ist, wenn jetzt irgendwie ein großer anderer kommt und die Türme nach und nach zerstört werden, kommt er irgendwann durch. Wir werden auch immer fleißig wieder hingesetzt. Ah, ich habe eine Idee. Warte mal, nimm mal ein... Das war jetzt komisch. Aber er ist wohl einen Schritt vorwärts gegangen. Sein Fehler. Du, was solltest du jetzt herstellen? Solltest irgendwas herstellen für die Lasertürme? Ah, Steinzahnräder. Intermediaries da. Du hättest gerne Stein. So. Da. Stein. Viel. Und tust es denn da rein. Kriegst du aufs Spielmodule dafür. Gut. Äh, das hätte ich auch ganz gerne. So, also haben wir jetzt auch wieder Stein. Also haben wir auch wieder Lasertürme. Also kommt auch, dass hier alles wieder schneller ist. Hey. Kommen wir jetzt nur noch Spucker, oder wie? Das wäre auch eine interessante Evolution. Wenn es irgendwann keine ganz normalen Nahkämpfer mehr gibt, sondern nur noch Fernkämpfer bei denen. Man könnte das Ganze ziemlich interessant gestalten. Oh, ein neues Ei. Oh, ein neues Ei. Sehr gut. So, Stromversorgung wollte ich eigentlich. Also. Was fehlt? Steine. Ich suche jetzt mal diese Steinkisten, die Omenösen. Ich glaube, die waren hier hinten irgendwo. Das waren stinkmale Eisen- und Stahlkisten. Proppe voll mit Steinen. Genau da. Die ich immer mal anschließen wollte, wenn wir gar keinen Stein mehr haben. Hahaha. So, davon baust du jetzt bitte vier davon. Nicht unbedingt zum Setzen, sondern eventuell zum späteren Weiterverbauen. So, jetzt nimmst du dann nochmal einen ganzen Schwung davon. Und machst daraus dann wahrscheinlich später Waterbegon. Gut. Öltanks sind voll. Das ist sehr schön. Das hier ist alles leer. Das war mal Kupfer. Ja, war mal. Weg. So. Ist weg. Das heißt, wir könnten diesen ganzen Wulst auch wieder weg machen und hier mit ran bauen. Ich glaube, das mache ich sogar. Sparen wieder ein bisschen Platz. Wobei ich den See auch Waterbegonen könnte und in die Mauer hier einmal durchziehe. Muss ich mal gucken. Oh, da kommt eine Königin. Ne. Emerald King weiter. Wann sind die so langsam? Oh, war die ganze Zeit so langsam, ne? Ist da eine Basis direkt vor unserer Haustür? Oh ja, sehr schön. Könntet ihr ein paar Königinnen rüber schicken? Das wäre super. Achso, und hier kriegt ihr eventuell noch ein bisschen mehr an Türmen. Wenn ihr eine Basis direkt vor der Haustür habt, solltet ihr eigentlich auch bessere Mauern haben. Das machen wir auch gleich mal. Hier hatten wir schon einmal abgerissen, ja. Eins, zwei. Also erstmal kriegt ihr hier noch eine ganze Reihe. Dann kriegt ihr da auch eine ganze Reihe. Eins, zwei. Und alle. Gut. Schub, 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 schub. Äh. Könntet ihr mich bitte möglichst schnell mit Mauern versorgen, bevor ein Angriff von oben kommt? Das wäre super. Ja, wobei, ich könnte auch jetzt ganz kurz einen kleinen Sprung machen. Ja, warte mal, nimm mal den da weg. Das ist der weg. Äh. Oh Mist, ich hab den Befehl vergessen. Äh. Also in den Kommentaren wurde vor einigen Folgen schon geschrieben, wie ich die Zeit weiterlaufen lassen könnte. Und zwar war es irgendwie gleich mit Gamespeed One oder so. Weiß jetzt nur gar nicht mehr, wie ich in die Konsole reinkomme. Äh, ja, das muss ich bei Zeit nochmal raussuchen. Weil ich wundere mich schon, wofür haben wir nochmal Lampen gebraucht? Ach ja, es gab mal sowas wie Nacht. Äh, Mauer? Immer noch keine Mauer. Jungs, ich brauche Mauern. Steinmauer brauche ich nicht mehr. Äh, mach mal da bitte die Mauern hin. So. Nö. Wollen mich nicht mit Steinmauer befüllen. Na gut. Dann reiße ich hier halt von Hand Sache ab. Ist okay. Vor allem reiße ich euch alle ab. So. Achso, ich bin wieder aus der Reichweite gelaufen. Ja. Äh. Düm, 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 düm. Düm, 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 düm. Boah. Uraltig. So. Dann. Da, da. Okay. das ist alles auch außerhalb das ist noch drin gut dann reißen wir das hier alles ab ich hätte jetzt echt gerne mauern gib mir mal ein paar von den mauren da bevor die abreißt super timing da sind die mauren ja meine bestehende mauer oh stimmt wenn sie sie abreißen sollten sie doch eigentlich genau zu mir gleich bringen oder macht doch irgendwie sinn ja da kommt das nächste tierisch langsam angedackelt 1 1 1 gott ja aber dann haben wir den wooster oben schon mal nicht mehr das ist gut das ding ist immer noch am arbeiten das ist echt übel wie lange die stromsachen brauchen 1 wo werden wir wieder gekitet äh gesnipert lasertürme da weg weg so mach das da voll ein paar durchgänge ja du kannst weg was mit der kiste da hier ist keine robo abdeckung haben wir robo ports ja haben wir sogar aber ich glaube da war für was anderes gedacht aber gut jetzt bist du hierfür das mit den mauren verstehe ich echt nicht ich gehe mal kurz gucken was da los ist äh wo war das da oben ja achso wir haben wieder null roboter zur verfügung und jetzt 250 ist wieder neu amp several ile Mdesignебenn haßvoll lila kiste da obwohl ich kann einfach Ding spauen dumdumdum dumdumdumdum und schon hab ich platz so ja ich speichere kurz ab und be hes spider Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.